Huiiii! Nix passiert! Viel Spaß! Opa! Was heißt eigentlich Veganer? Der, der zu blöd zum Jagen ist! Kein Schmerz empfinden! Dieser Sketch basiert auf einem Vorschlag von Steve. Danke dafür! Außerdem wurde dieser Sketch, so wie er jetzt ist, im Livestream erstellt und angepasst, in Zusammenarbeit mit den Zuschauern. Ein Dankeschön an die Synchronsprecher! Danke! Danke fürs Gucken und bis zum nächsten Mal! Tschüss!